Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ja, jeder hat es denke ich mittlerweile mitbekommen, FTX ist so gut wie Pleite. Gestern Abend haben wir es im Chart gesehen, CZ hat gesagt, er will FTX unterstützen und möglicherweise kaufen. Es ist ein nicht bindender Vertrag geschlossen worden, beziehungsweise ist dabei geschlossen zu werden, je nachdem wie man es auch immer sagt. Und die Auswirkungen sehen wir im Bitcoin Chart. Ungefähr 16.800 US-Dollar, darauf ging es gestern Abend. Genaues Preislevel getroffen, was wir schon vor ein paar Wochen immer mal wieder angesprochen haben. Darum geht es jetzt aber heute nicht. Ich will einfach ein bisschen Unruhe aus dem ganzen YouTube Space mal ein bisschen rausnehmen. Weil egal wo man momentan auf YouTube klickt und einfach nur, gebt einfach mal so Bitcoin an. Bitcoin Crash, Bitcoin to the Moon, was weiß ich. Irgendeine Scheiße überall da draußen einfach um Klicks. Deswegen habe ich mich bewusst dagegen jetzt entschieden, mal in eine andere Richtung zu fahren und einfach heute mal kein Clickbait oder sonstiges zu machen. Weil davon profitiert auch keiner. Nur damit die Videos im Endeffekt, dass die Chance im Endeffekt ausgenutzt wird, die man hier hat, bin ich nicht und hatte ich auch nie wirklich Bock drauf, hier jetzt im Endeffekt drauf einzugehen. Deswegen machen wir oder versuchen es so neutral wie möglich zu halten und werden uns dann oder werde dann gegen Ende des Videos einfach nochmal meine persönliche Meinung einfach dazu sagen. Im Endeffekt, muss man auch ganz ehrlich so sagen, wurden gestern viele durch diese Aktion komplett aus dem Markt gefickt. Und ich sage das jetzt einfach so, weil es einfach so ist. Also wir können gerne nochmal in die kleineren Timeframes von gestern gucken, was ist im Endeffekt passiert. Der Markt ist erstmal nach unten hingedammt, dann kam die Meldung, die ich euch gerade auf Twitter gezeigt habe. Wir sind hochgepumpt auf 20.700 und dann ging der Crash los. Und dann aber richtig und ich habe viele Leute aus anderen Gruppen gesehen, die teilweise 10.000 Euro, Dollar etc. pp. verloren haben durch solche Aktionen, was da im Endeffekt auf unseren Rücken ausgetragen wird. Was man daraus lernt, was ich schon oft gesagt habe oder was glaube ich jeder immer sagt, lasst nicht zu viel auf Börsen einfach rumliegen. FTX war vorher schon, einen Tag vorher immer schon so, bisschen zieht am besten alles ab. Mittlerweile kommen viele nicht mehr an ihre Kohle ran, beziehungsweise kann es nicht ausgezahlt werden. Für die Leute tut es mir extrem, extrem leid. Lässt sich leider jetzt nicht mehr ändern, so scheiße wie es klingt, aber mir tut es extrem leid für die Leute im Endeffekt, die einen Haufen Kohle da hatten. Auch wenn es nur Kleinstbeträge sind, tut es mir extrem einfach leid für diese Leute. Ja, im Endeffekt haben wir uns dann, ich habe gestern immer mal wieder so ein paar kleine Updates rausgehauen, bei den 16.800 US-Dollar gefangen. Genau da hatten wir im Endeffekt unsere grünen Kaufzonen, die wir schon des längeren immer besprochen haben. Ich kann euch auch nur ans Herz legen, werde ich jetzt aber gleich nochmal was dazu sagen, die Altcoin-Updates, die alten anzugucken, werde ich aber gleich nochmal was dazu sagen. Auf jeden Fall, sollten wir jetzt nicht zu arg in Panik verfallen. Klar, wir hatten jetzt eben diese Scheiß-Aktion von gestern. Positiv muss man sehen, wenn wir jetzt hier den Lock-Chart anmachen, haben wir im Endeffekt, also nicht hier, ich glaube bei Binance habe ich das gemacht, um das mal ganz kurz zu zeigen. Ja, da hatten wir im Endeffekt einen perfekten Retest hier in dieser Zone. Also das muss man auch dazu sagen, das ist momentan so ein bisschen das Positive, was ich hier ein bisschen abgreifen kann. Wir hatten einen positiven Retest von unserem Falling-Wedge, das mal im Auge behalten. So, jetzt gehen wir wieder zurück auf den normalen Chart. Wie gesagt, die erste Spot-Buy-Zone wurde bei mir getroffen, einerseits hier zwischen 16.100 und 16.800 US-Dollar. Aber ich will jetzt ganz normal nochmal betonen, das sind keine Trade-Setups, die ich jetzt hier erstmal reinposte. Es hat einfach nur den Sinn, wo kann man nachkaufen, ganz neutral, ohne jetzt, dass ihr hier in FOMO verfallt und sagt, oh fuck, ich muss jetzt hier in den Long-Trade rein. Das ist nicht der Sinn von diesem Video. Dann, die nächsten Buy-Orders liegen einfach bei 13.800 bis ungefähr 11.400 US-Dollar. Das sind beides die Zonen, die wir seit Monaten hier drin haben, wo immer das Risiko bestand. Hier könnten wir nochmal reinfallen und es bleibt einfach weiterhin die Zonen, die attraktiv sind zum Spot-Handeln beziehungsweise auch möglicherweise zum Traden. Wobei ich immer gesagt habe, niemals in solche Candles einfach reinhauen. Also kann ich euch einfach nicht empfehlen, niemals in solche Candles rein zu long, rein zu shorten, macht keinen Sinn, auch bei FTT einfach nicht. Einfach Finger weg von solchen Positionen, weil ich auch viele Privatnachrichten jetzt bekomme, ey, kann ich jetzt long gehen und so. Ich persönlich habe nur einen Trade offen, ich werde aber nicht verraten, wo ich den offen habe. Er ist, ja, wobei ich kann es eigentlich sagen, der ist genau da, wo wir jetzt sind im Endeffekt. Aber das ist jetzt kein Ding, wo ihr jetzt nachmachen sollt. Das ist mein eigenes Risiko, aber deswegen halte ich mich auch momentan mit Setups zurück, weil ich einfach meiner Verantwortung auch ein bisschen bewusst bin, weil viele dann doch nachtraden oder sonstiges. Aber möchte ich trotzdem nicht, dass sowas nachgetradet wird, weil es einfach zu risikoreich ist. Es könnte jetzt klar, es kann das und das eintreten, wir sind in diesen Pattern drin oder so, aber ganz ehrlich, Leute, lasst es alles lieber mal ein bisschen sacken, wartet sich, bis der ganze Markt sich erstmal ein bisschen geresettet hat. Die Lows bei 16.800 US-Dollar werden wir uns höchstwahrscheinlich nochmal holen und dann nochmal in den Bereich, ich sage jetzt mal 16.200 US-Dollar fallen. Das passt einfach hier perfekt mit dieser Daily-Demand-Zone, die wir hier unten noch haben. Das Void wäre gefüllt, dieser WIG hier drüben und dann ist der Markt erst einmal geresettet. Gut, soviel zu Bitcoin. Dann, Ethereum gefällt mir ganz ehrlich ein bisschen besser. 0786er, Support gefunden, grüne Box war im Endeffekt hier das Void, was wir mal eingezeichnet haben. Das wurde gefüllt, wir haben aber trotzdem noch etwas Puffer nach unten und das ist dieser Bereich zwischen 1.118. Dafür muss ich aber mal ganz kurz in den kleineren Timeframe gehen, um euch das zu zeigen, warum ich das gemeint habe, weil wir hier noch eine kleine Demand-Zone haben und noch eine Ineffizienz, die bis ungefähr 1.113, also auch hier, deutet momentan nochmal auf ein tieferes Tief hin, hat einfach die Begründung hier unten, liegt noch eine Menge Volumen, was wir uns auf jeden Fall noch holen sollten. Gut, das ist eigentlich so, momentan das Ding bricht diese Zone, sage ich mal hier unten, bis 1.000 US-Dollar haben wir Platz, dann geht es ganz, ganz schnell auf die 880 US-Dollar. Das sind die zwei Kaufzonen, die ich für mich getroffen habe, die ich oder wir bereits aber schon vor Monaten hatten. Also im Endeffekt, muss man jetzt auch mal sehen, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz Cardano. Cardano hat sich im Grunde nicht viel getan, muss man ganz ehrlich sein und so sehen viele Altcoins aus. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, ja, verpasst diese Chance nicht oder kauft jetzt hier oder kauft jetzt hier, kauft das, kauft das. Im Endeffekt, diese ganzen Level haben wir seit Monaten, wirklich seit Monaten drin. Jedes Altcoin-Update haben wir immer wieder drüber gesprochen. Das sind Positionen oder beziehungsweise Marken, wo wir uns einfach reinkaufen könnten, um DCA zu betreiben. Aber ich empfehle euch hier einfach nicht, irgendwelche Long-Positionen aufzumachen. Es ging immer nur um Spot-Handel bei den Videos. Ihr könnt es euch gerne nochmal angucken, es gibt auch eine eigene Playlist dafür. Aber ansonsten hat sich nicht viel getan. Klar, wir hatten diesen Crash, aber guckt euch mal Altcoins an. Cardano, kein Lower Low. XRP, klar, XRP hat es auch erwischt, aber wir sind im Endeffekt einfach wieder in dieser Range, die wir monatelang akkumuliert haben. Keine Änderung, immer noch diese Akkumulationsphase hier drin. Kein Lower Low. Und da können wir euch viele Altcoins zeigen. BNB im Endeffekt auch. Kein Lower Low, riesige Akkumulationsphase. Was schauen wir uns denn noch an? Was haben wir noch? Polkadot. Kein Lower Low, immer noch in der Akkumulationsphase, beziehungsweise jetzt wieder in dieser Range hier, die wir hier schon mal angezeichnet haben und immer wieder gesagt haben, okay, alles da drunter ist spotmäßig für uns interessant. Oder sogar hier die 550-Marke einfach nochmal. An sich hat sich rein technisch gesehen nichts getan, was mir jetzt da zumindest einfallen könnte, beziehungsweise wo man sagen könnte, okay, aufpassen. Und was man auch dazu sagen muss, jetzt guckt euch mal hier im Endeffekt, klar, wir hatten dieses Breakout, wir sind jetzt einfach wieder in unserem Falling Ratch. Also auch hier, wir befinden uns in vielen, vielen Charts immer noch in einem riesigen Falling Ratch. Dann können wir uns ICP mal angucken. Im Endeffekt hier das Gleiche. Wir müssen aber den Lockchart ausmachen. Auch hier möglicher Retest unseres Falling Ratch. Dann, Kusama hat es glaube ich nochmal ein bisschen übler erwischt, aber auch hier erst einmal klar dieses Fakeout drunter. So, aber an sich hat sich, wie gesagt, insgesamt nicht viel geändert. Auch hier haben wir weiterhin ganz ehrlich immer noch eine Bullish Divergence. Also genau das gleiche Ding wie vorher. Ich würde jetzt, also mein Ding an euch ist einfach, geht mit Bedacht in den Markt. Tradet jetzt oder versucht nicht irgendwie den perfekten Boden zu wischen. DCA ist im Endeffekt an der Regel, beziehungsweise die Regel momentan zumindest, die Altcoins haben noch nicht mal teilweise ihre Lows hinter sich. Link können wir uns nochmal ganz kurz angucken, weil es auch interessant ist. Abtrend hält weiterhin nichts geändert. Weiterhin diese riesige Seitwärtsrange, die ich zum Akkumulieren nutze. Also, wenn wir uns das große Ganze angucken, klar, Bitcoin hat es extrem erwischt, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Wir haben unser Lower Low. Auf Daily Sicht haben wir nicht mal ein Lower Low, das muss man auch dazu sagen. Wir sind auf Daily Sicht minimal höher geschlossen als diese Candle. Also momentan haben wir auch noch kein Lower Low, zumindest was auf Tagessicht aussieht. Aber es wird immer, immer wahrscheinlicher und wir haben hier auch noch etwas Luft nach unten. Es muss klar sein, dass weiterhin die 11 bis 14k einfach drin sind. Muss mit eingeplant werden, einfach deswegen momentan vom Traden Abstand halten und gut ist. Dann, Thema Börse. FTX. Im Endeffekt ist FTX so gut wie Pleite. Die Leute können nichts mehr draufzahlen, oder geht draufzahlen noch, weiß ich ehrlich gesagt, ich war noch nie da. Können nichts mehr abheben. Wir reden hier von Kleinsummen, wir reden aber hier auch von 10.000 Euro, wie ich es am Anfang vom Video gesagt habe. Ist scheiße gelaufen. Muss man ganz ehrlich. Viele Leute wachen jetzt vielleicht auf und sagen, okay, ich tue es doch zukünftig auf ein Hardware-Wallet, was ich nur empfehlen kann. Und dann geht dieses Geschiss, jetzt kommen wir zu dem nicht technischen Teil einfach mal, jetzt kommen wir zu dem Geschiss, was gnadenlos, muss man wirklich dazu sagen, gnadenlos von vielen einfach ausgenutzt wird. Indem man den Leuten dann sagt, oh ja, jetzt melde ich doch hier bei diesen Link an, dann kriegt ihr auch noch den und den Bonus und den und den Bonus. Und davon distanziere ich mich einfach komplett. Weil ich es einfach sowas im Endeffekt den Frust der Leute nicht noch ausnutzen will. Ich habe euch letzte Woche gesagt, diese Woche wird eine BingX-Aktion starten. Habe ich bewusst besprochen, dass wir die verschieben. Weil es jetzt einfach nicht so rüberkommen will, hey, jetzt FTX, da knallen wir richtig mal einen rein oder so, damit die Leute schön auf unsere Börse kommen. Bin ich nicht und habe ich auch keinen Bock darauf. Wenn die Leute mich fragen, klar sage ich dann, okay, ich bin bei BingX, gerne Link verwenden, ist was anderes. Aber ich habe keinen Bock jetzt exzessiv dafür zu werben, nur um die Scheiße, die passiert ist, zu meinem Vorteil zu nutzen. Das bin ich nicht und darauf habe ich keinen Bock und sowas unterstütze ich auch nicht. Egal, bei wem es jetzt oder Sonstiges ist. Da kennt ihr mich im Endeffekt zu gut. Dann, was ich ja zu Anfang des Videos schon gesagt habe, ist dieses Kack-Clickbait, wo ich mich heute einfach komplett distanziere. Weil jeder kann sich in das Gefühl reinversetzen, er hat schon mal einen Haufen Kohle verloren. Ich, du da draußen, jeder andere im Kryptospace hat schon mal eine Menge Kohle verloren. Durch wahrscheinlich auch so einen Wick, der gestern oder heute Nacht noch passiert ist. Oder auch frühere Aktionen. Und deswegen habe ich mich jetzt auch bewusst eben dagegen entschieden, dass ich das nicht mache, weil ich keinen Bock habe, weil ich genau weiß, wie sich die Leute fühlen, die entweder einen Haufen Kohle verloren haben oder jetzt nicht mehr auf ihre Börse oder sonst irgendwas kommen. Die Leute sind verängstigt, versuchen dann ihre Verluste möglicherweise irgendwie wieder hier in den Markt reinzubekommen. Und das ging jedem so mal so. Kann keiner sagen, oh fuck, jetzt habe ich einen Trade verhauen mit 10x, jetzt muss ich aber ganz schnell wieder rein. Jetzt gucke ich mir ganz viele YouTube-Videos an, damit er mir sagt, wo ich jetzt den nächsten Long-Einstieg finde. Und sowas unterstütze ich eigentlich momentan zumindest einfach noch nicht, weil die Marktzeit einfach dafür noch nicht gegeben ist. Ich kann euch jetzt nicht mit gutem Gewissen sagen, oh ja, hier, ja, dieses Low, wie wir es jetzt in den normalen Umständen normalerweise immer machen. Low abwarten und dann in den Trade rein. Kann ich euch momentan einfach nicht empfehlen, weil die Marktlage einfach zu unsicher ist. Dieses Detail, was hier einfach noch drin steht, mit dem Non-Binding, also nicht bindend, dass die das wirklich durchziehen, ist auch noch so ein Punkt. Am Ende heißt das dann, nö, machen wir doch nicht. Und dann geht das ganze Hickhack von vorne los. Oder wer weiß, was noch für Börsen folgen oder so. Und deswegen momentan rate ich einfach nur zu Spot, passt einfach auf euch auf, da draußen im Endeffekt. Lieber mal die Charts beiseite machen, nicht übertrieben jetzt mit irgendwelchen Hebeln rein versuchen, Verluste wieder gut zu machen. Macht euch die Zonen, die wir bei den Altcoins besprochen haben, die wir bei Bitcoin besprochen haben. Aber jetzt irgendwie nur, weil jetzt jemand, ja, jetzt kommt die Chance eures Lebens, oder hier ist der Crash des Jahrtausends, es lohnt sich jetzt hier einzusteigen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Würde ich mich ganz ehrlich dann, wenn ich jetzt so viel Kohle verloren hätte, und für mich war es ja ganz ehrlich, gestern noch positiv sogar das Ganze. Habe ich ja auch in der Gruppe und sowas gesagt. Aber trotzdem sehr, sehr ungutes Gefühl. Ich habe Mitleid mit den Leuten, die ihre Kohle verbrannt haben. Nicht mal, dass man sagt, sie sind selber schuld. Weil darum geht es nicht. Jeder sucht sich seine Börse aus. Ob er jetzt geworben wurde, oder von sich selbstständig. Die Leute können auch nichts dafür, wenn sich zwei Idioten streiten. und im Endeffekt dann die ganze Börsefurcht ist, in dem der eine dann profitiert. Aber einfach nur mal, weiß ich nicht. Vielleicht labere ich jetzt auch einfach ein bisschen zu viel. Vielleicht, weil ich mich ein bisschen in die Situation reinversetzen kann. Jeder hat einen Haufen Kohle mal verloren. Wiederhole ich nochmal. Aber irgendwie habe ich keinen Bock, das gerade zu unterstützen. Deswegen Video heute anders. Vielleicht morgen auch noch. Einfach ein bisschen neutral, bis sich das alles ein bisschen gedeckelt hat. Scheiß auf die Klicks. Ganz ehrlich. Scheiße ich jetzt drauf, wenn sich nur 50 Leute dieses Video angucken. Ist es mir auch wurscht. Aber ich habe jetzt keinen Bock auf Rücken von Kleinanlegern oder auch Großanlegern hier meine Klicks zu machen. Ist meine persönliche Meinung. Geht auch jetzt nicht direkt gegen irgendwelche Kanäle. Ich meine, jeder kann machen, was er will. Jeder hat seinen eigenen Kanal. Ist auch echt nicht böse gemeint. Aber ich habe da ganz ehrlich einfach keinen Bock drauf. Deswegen, anderes Video. Ich hoffe trotzdem, ihr seid alle gut durchgekommen. Wie gesagt, Trade Setups werde ich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen lassen. Ich suche jetzt nicht auf Biegen und Rechen hier irgendwelche Entries. Bleibt auch die Empfehlung. Ja. So viel zu mir. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann morgen wieder oder an der Telegram-Gruppe. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.